so ob ihr tag da gehört hat ja super damit was eine gute zeit haben davon ganz auf jeden fall mit dem r92 cpd unterwegs moschke mit dem brz gt 500 gt 300 sorry raddi mit dem gtr nismo gt 500 von 216 dann kommt ziele clk lm von 98 ein schönes engel dann kommt mit dem phone oder moon bird mit dem vr 6 ecco pikes peak also pikes peak ist so eine bergstrecke du idiot wo willst du ihn mirko dann kommt mirko mirko kommt mit 9 17 living legend jerry mirko du bist legend jerry gibt ihn so toby toby kommt mit dem gleichen auto wie ziele er will eben konkurrenz geben aber noch zwei platze frei guck mal ein kollege dazu kommt denkt sie hat sogar geändert du sag alter set up längst du bist auf der boxen runde wie set up geändert war sonst bitte vorbei geht her okay du kommst mit gt 1 alles klar weg sie so modi mit dem ford gt 217 dann kommt victoria king mit dem beatle gtr 3 dann kommt gebaut mit dem scheiß borsche aber da kommt hund ja ich auch ein pöpel wichtig ist ja im voli fein so kein jubi weiter wenn der sein auto hat können wir starten gut wie ja ist okay jetzt okay so okay einer ist wieder raus alle anderen haben wir fahrzeug kommt noch eher ran okay so kennen wir bieten das auto raus und dann kommt noch whatsapp mc rein ok naja dann bitte die beiden schweizer die fahrzeuge wählen ja ja auf jeden fall meines egal im dranken jahr also let me place let me place ja i'm driving von der last kommt noch einer rein also was heißt ankündigungen auf englisch alter keine ahnung was für ein ding announcement ok also alkohol im spiel nein gar nicht keine macht der drogen alter es geht einfach nicht mehr groß werden da noch einige spazier noch beim start ja sind was denn los kisten kann ich verlange dich danke das hoppel fährt aus der box ist zehnmal so schnell was ist er los ja hoppel ist auch krank alter ich weiß nicht was er macht ich sag doch ja kann man machen hoppel ohne witz ne du bist bei uns im oder du bist bei zille ne im youtube chat ist unfair komm entweder ne du lässt uns teilhaben was du machst oder du fährst mit regenreifen und sack brudi ist unfair ja ne du hast jetzt ein auto nicht gewählt darin kann es eigentlich nicht liegen wie join match ja dann noch mal aber dann starten wir auch gleich mit dem volley fallen ja ja sowieso na klar also wie start lobby wird und was kann ich ja nicht machen ja wie kommt alle mit legendären autos wieder hier wir haben da kommt noch mal ist wir raus ok raddi wieder hast du den auf 800 gekriegt geht nicht ok ich mache noch mal wie es da glaube ich ist das letzte mal ernsthaft gewicht lege ich nicht ah ok das geht ja ok wat heißt leistung turbolader 1 2 oder 3 nein gar nicht und über leistungsbegrenzer beziehungsweise motorgraft begrenzen ach so ok die power kann es rausgehen ja klar raddi und bank sie auch bitte dann sehen die anderen ne ist nicht schlimm aber ist gut ein versuch geben wir dem ganzen noch so ich bin raus jo super haben die anderen jetzt auch gelesen ja hm kann ich wieder rein nein nein so schnell so schnell so schnell so schnell ist die preis nahe mit mit surfer verbunden ok jetzt geht es wieder laden 800 lp und dann wenn alle 16 drinnen sind starten aber gleich bitte ja naja klar so das auto ist gar nicht schlecht hier der mercedes fährt sich ganz gut nö der mercedes fährt sich verdammt gut naja welcher ok auch mein rücken klingelt auch schon naja ich sage ein rennen machen wir noch unten ach ach kann ich hätte ich auch gleich die kamera machen wie gesagt dann legen wir auch los schon wieder 1,5 stunden ja ja kannst drin so moschgeradi biertag da die wichtigen alle da g power tobi mörer sind schon drin hoppels da hochgrund ist auch wieder da super und von wie bei sind wir wie ich